Hallo, wir spielen jetzt ne Runde wieder, äh, Dingelskirchen. Lässt das gleich noch. Soulmask, genau. Kicken einfach mal. Das ganze weiter wird. Ich hab mir so ein kleines Tippvideo angeguckt, aber auch nicht so großartig. Da wurde natürlich drin gesagt, ihr müsst bedeutend größer bauen. Ja. Das wird super. Das war's. Aberler hat den Ball fertig gedacht. Ich wollte mal was gucken. Das war ein bisschen. Ups. So, funktioniert das jetzt besser? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der abschneidet, wenn ich spreche. Oh ja, das ist bedeutend besser, nur dass ich kein Musiker... Ich wundere mich schon die ganze Zeit. So. Ist das jetzt besser? Also gefühlt denke ich die ganze Zeit, der schneidet irgendwo ab. Okay. Okay. Ist denn auf dem Mikrofon noch irgendwie ein Noise Gate drauf? Und? Nö. Der nimmt das eins zu eins. Jetzt. Okay. Mal laufen lassen. So. Oh Gott. Äh, frohe Oster dir. Ich habe mir übrigens die Patch Notes angeguckt. Das sieht ja schon mal besser aus, dass sie Quark direkt rausgenommen haben. so. Und irgendwas cooles hatte ich gesehen. Ähm. F11. Oh, damit könnte es ausblenden. Weiß. Moment. Moment. War das L? Oh das L? Okay. Ja, das ändert zum Beispiel, dass du aus einer normalen Chest eine Dark Oak Chest bekommst, das heißt, wenn du das Material für Dark Oak hast, dann kriegst du auch eine Dark Oak Chest und keine normale Chest und das hat halt alles durcheinander gebracht. Oh mein Gott, wie kacke ist das denn? Oh mein Gott, wie kacke ist das denn? Naja, sauber, so muss das. Oh. Berühmter Abfall. Berühmter Abfall. Berühmter Abfall. Berühmter Abfall. Oh, es gab irgendwo einen richtig geilen Tab, womit man alles durchplanen konnte. Ah, der war's. Ähm, du könntest einen Importer bauen oder einen External Storage. External Storage sagt dann wirklich aus, ähm, du, äh, nehmen wir den Regenaparillo hier als, äh, Beispiel. Du schließt ein External Storage an und dann wird dir jetzt angezeigt, dass du Wasser im Inventar hast, oder in deinem Storage. Und wenn du einen Importer hast, zieht er jetzt das gesamte Wasser hier aus den Regenauffangbehälter in deinen Storage rein. Also die zwei Optionen gibt es eigentlich immer. und dann Ja, oder an den Controller ran. Natürlich von den ganzen Kirchen. Wollen wir das mal erkunden? Ja, oder? 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 Nehmen wir uns noch eben Nahrung mit. So. 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 Und Link hat's funktioniert. Oh, oh, ich will nicht. Ah, okay. Also normalerweise hast du einen Controller, darauf packst du einen Crafting Grid zum Beispiel und dann da drauf den Disk Drive oder den Disk Drive irgendwo anders hin. Oh Gott, ist die Waffe Hardcore. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Krass. Okay. Aber ich muss auch noch meine Diss-Drives und Crafter irgendwo anders hinstellen. Damit das nicht ganz so kacke aussieht. Ich bin auch noch am überlegen, ob ich meine Insel noch mal ein wenig überarbeite. Und dann noch mal ein bisschen was ändere. Oh Gott, wie kommt man denn jetzt da hin? Also ein Plan ist zum Beispiel, dass ich die... Ach, mit dem Bilder. Da kannst du Halbdaumens auswählen und die Größe. Und dann kannst du dem Materialien zuführen und der baut dir das dann automatisch. Und dann sieht es halt auch gut aus. Ähm, also von... Nicht Refined, sondern von RF-Tools gibt es den Builder. Dann kannst du da so Karten reinsetzen und in anderen ATMs hat man damit zum Beispiel seine erste Query gebaut. Und ja. So. Aber mal eben eine technische Frage. Ist die Mikrofonqualität in Ordnung? Und ha... Außer ich stotter. Hake ich irgendwie ab? Das heißt, dass die Sätze irgendwie... Abgeschnitten werden. Uh. 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 Okay, weil ich hab heute mal den... äh... das Noisegate umgestellt. Ähm, ich hab hier eins von der Software drinnen, nicht von OBS. Und da hatte ich das Gefühl, dass der bei bestimmten Sachen straight up die Worte abgeschnitten hat. Oh. Barbarenlager. Oh. Ein Boki. Okay. Okay. Hoops. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, okay, normale Lager-Truhe, Herze, Sollte hier nicht ein Speerlager sein? Ich habe gelesen, also im Video, gesehen, dass du hier die Umgebung freischalten kannst. Also der Nebel hier, Barbarenkaserne, uralte... Hmm... Und warten wir mal, bis der wieder spawnt. Sollte hier, Barbarenkaserne, uralte... 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 Ey, bei den ganzen anderen Standorten sind die immer wieder neu gespawnt. Oh, ein Wildschwein. So, die machen Sachen. Okay, schade. Kontrolle, Datenaktualisierung, Körperverstärkung. Okay. Ähm, bapapar. Alter, ist doch jetzt blöd. Na, komm, dann. Jagen wir doch mal den. Ups. Oder habe ich hier irgendwas Zinnerz? Nee. Holzhammer. Hier war doch gerade ein Wildschwein. Oh, sogar zwei. Oh, das war's. Was ist das? Wieso läuft denn der jetzt weg? Hätte ich mal direkt machen wollen. Okay. Mal gucken, ob die gespawnt sind. Nöp. Toll. Okay. 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 Hier lungert jetzt auch keiner rum, ne? Nö. Oh, schade. Wieder so ein Hund? Okay. 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 Oh Gott, ich muss mal. Denkstens deaktivieren. Es gibt komische Sounds von Discord. So. 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 Was ist das denn? Okay Dann laufen wir jetzt einfach mal am Fluss genannten Oh, was ist das denn? Ein Mini-Hohn Ein Mini-Schwein Ich glaube, ich gehe jetzt auf Tierzucht Ich habe jetzt Eing some Eing ein Ich kann es aber auch nicht Ich habe es gesagt Ich bin es dann Ich habe es schon Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Können wir das hier machen? Ah, Bewusstseinsstufe, okay Gibt es eigentlich andere Sachen hier von Bambus? Ah, Bewusstseinsstufe, okay Äh, was machen die hier? Ah, Bewusstseinsstufe, okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey. Das war's für heute. So. Oh. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Okay, dann packen wir doch mal zwei von denen dahin. Okay. 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 Hmm. Okay. 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 So. Okay. 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 Oh Gott ist das heftig. Sollte So, ich habe ein Video gesehen für einen guten Stützpunkt am Anfang. Ich glaube, da werde ich auch hinziehen. Das war hier. Also nicht hier in der Bucht, aber... Also nicht hier in der Bucht. 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 Ein Wersang der Bucht. Grober Stoff, okay. Okay, let's go. Das war's. 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 Okay, das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Oh Hmm Danke für den Tipp mit dem Rebounding Alright Ja Aber normalerweise trage ich Hosen Also da kannst du dir sicher sein Wie Wie Oh ja. Das war's. Das ist das, was am meisten passiert. 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 Das ist das, was am meisten besteht. Amen. 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 Danke. Schönen Abend dir. So, sorry. Ich musste einen wichtigen Termin, äh, nicht Termin, sondern Telefonat annehmen. Habe ich keine Nessers da? Okay, dann haben wir das fertig. So, äh, das hier. Orange Flower. So, äh, das hier. So, äh, das hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, ja. Sorry. Dit war nischt geplant. Wie geht's, wie steht's? Ich versuch grad, ähm, das mit dem Botania hier ein bisschen fertig zu machen. Und dann mal im Questbuch weiterzugehen. Und dann mal im Questbuch. Und dann mal im Questbuch. Oh. Ja, hab ich auch gemacht. Halt dich fest. Oh. Das hier ist meine Automatisation. Das hier ist meine Automatisation. Und man kann's noch beschleunigen, indem man ein Dark Matter Block... Nee, nicht ein Furnace. Es gibt wohl Dark Matter und das soll sogar noch schneller sein. Als der, äh, wie heißt der? Super Heating Element. Oh ja. 100. Damit kriegt man noch schnell Obsidaren. Und weil das eigentlich komplett gratis ist, verbraucht es nur Speicherplatz. Und ich hab schon fast 8000 Obsidaren. Ja, auf jeden Fall. Pff. Oh. Pff. 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 Das war's. Zitzen Untertitelung des ZDF, 2020 Invalid Pattern? Ja, aber das Superheating Element kann ich auch empfehlen sonst. Ja, aber das Superheating Element kann ich auch empfehlen. Ja, aber das Superheating Element kann ich auch empfehlen. Ja, aber das Superheating Element kann ich auch empfehlen. Okay. Äh... Äh... So, was haben wir denn jetzt frei? The Star... Oh... Stahl... Wow... Anti-Matter und... Okay... 10... 10 Ingot... Oh, okay... Gucken wir mal, ob wir die schon herstellen können. Öh... Öh... Äh... Tvinid... ... 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 Ja, zu nächstem Jahr auf jeden Fall. Ja, da bin ich nicht so begeistert von. Ich bin eher begeistert von Fable. Was war da noch drin? Fable und noch irgendwas war drin. Da bin ich echt gespannt. Aber ich muss mal ganz fix auf Klo laufen. Geht mir eben eine Minute. Geht mir eben eine Minute. Ich bin eigentlich nicht so begeistert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also was da für Sachen dabei waren, alter Das war ein Banger nach dem anderen Hunters Untertitelung des ZDF, 2020 Also, Starfield DLC sah auch richtig gut aus Das einzige, wo ich wirklich sagen muss What the fuck War Dragon Age Ich weiß nicht, ob das Einfach jetzt nur so ein MOBA wird oder so Aber das sah so seltsam aus Ich weiß nicht, ob das Nein, Dragon Age sah Trash schlechthin aus Also das war hart enttäuschend Oh ja, das neue Doom auf jeden Fall Vor allem im Mittelalter Ah, da freue ich mich drauf So, Tiny Rubber Ja, das war Oh ja, das war Ja, das war Oh ja, das war Amen. Also bei Gears of War weiß ich nicht. Also das ist überhaupt nicht so meins. Ja. Hey, eine Hauptmission hiervon abgeschlossen. Oh ja, das können wir noch rausfinden. Wie spawne ich ein Picklick? Getting started too. You can summon one of these in order to campaign need for the stars. So don't worry about now. Oh. Treasure Core. Okay, bei Square habe ich nicht hingeguckt anscheinend. Was war denn da? Unopt... Unopt... Unoptionium. Unoptionium! Unoptionium. Unoptionium. Unoptionium! Unoptionium! Vibranium Okay, wie stellen wir Vibranium her? Oh Bucket of Life Ah, okay Kita von Bo6, was ist Bo6? Und Life is Strange Doch, das hatte ich gesehen Aber ja, da war ich Irgendwie Nicht aktiv Ah, Black Ops, okay Äh, der Heater von Power? Moment Die hatte ich glaube ich Die Heater Oh, ich glaube Die sind relativ einfach umzusetzen Links was warmes Rechts was kaltes Also Die Arbeiten Auf unterschiedliche Weise Warte Gibt es hier nicht eine Anleitung dafür? Ja, also Über Thermogenerator Und dann gibt es Gab es noch den Heater? Ja, irgendwie so war das genau Okay, dann kommt jetzt das nächste Jetzt müssen wir Ars Novum Automatisieren Vibranium Okay Bucket of Life Ja Okay Bucket of Life Wird auch noch super Bucket of Life So Fluid Ein Kapsler No Oh Nomad Beat Tier 2 Oh mein Gott, dann können wir uns auch noch um. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Deswegen hatte ich jetzt zwischendurch auch so ein bisschen mit Soulmask gespielt. Ich brauche da zwischendurch mal Ablenkung, sonst werde ich bescheuert im Kopf. Also, wir müssen jetzt Ars Novum automatisieren und äh, ja. Habe ich ja mal hinten und vorne keinen Bock drauf. Okay, Botania habe ich noch gar nicht. Also. Kalk. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. äh am einfachsten guck mal ob du schon von project die energy condenser bauen kannst solltest du eigentlich weil das ist relativ easy und dann kannst du einfach per auto crafting kannst du hier eine emc perle reinsetzen ballast da alles voll mit high convalence dust und dann kriegst du die so raus die magische erde ja dafür musst du in mob grinder rein und gm chicken feet cursed herstellen und damit kannst du ein chicken füttern und dann platz das und du kriegst dieses spawn egg dieses rotten egg und das musst du auf hallo schenk musst du hier auf erde packen und dann sparen die da es darf nur kein tageslicht aus ausgesetzt sein botanien habe ich das hier gemacht damit ich living wood und living stone bekommen botanien und sollte erst mal so ein bisschen reichen so irgendwas wollte ich hier so essens so so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Pylon. 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 So Zocker, hast du das mit dem Egg hinbekommen oder sollen wir das nochmal durchgehen Oh mein Gott sind das viele Zocker, hast du das mit dem Sauber, okay, super Das freut mich, dann passt das So, Ars Nicht Ars, sondern Ars Nicht 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 Ars Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist selbstverständlich Wie hieß der nochmal? Ach da 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 6 Das war's für heute. So, wie hieß das noch? Impure and Shamebar Vibranium Moment. So, dann testen wir das doch mal. Funktioniert das so, oder muss ich... Ich bin von Errorin say, must be placed with a block cube around some chamber. Verdammt. So. Ach, Snow Womb. Ritterer, Brasier. Nee, wir brauchen einen... Eins. Oh. So, jetzt testen wir einfach mal, ob das... So, jetzt testen wir einfach mal, ob das... Pie... Nee, äh... Intressed... Hat das funktioniert? Verdammt. Oh. Müssen die auf derselben Höhe sein? Müssen die auf derselben Höhe sein? Müssen die auf derselben Höhe sein? Okay, im Moment so. Äh, Zocker. Am einfachsten wahrscheinlich am Anfang erstmal über die Siebe, dann die Pflanzen und dann Bienen. Das wird dann immer komplizierter. Der Bürgsen, was geht? Und wie geht's? Äh, und die Items werden nicht verbraucht, nur die Gems müssen nach... Nice. Okay, dann... Oh. Muss das so? Oh. Ah. Und was meinst du mit Suppe? Oder meinst du hier das hier mit Suppe? Ah. Ah. Oh. Du hast den, der schenkt. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Okay, machen wir das mit Machen wir das am besten mit Craftern oder mit Automatisation, weil Obwohl wir brauchen das nur ein bisschen machen Oh Oh verdammt Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du zu weit weg bist, dann wächst da überhaupt nichts mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 So, dann mal gucken, ob wir. jetzt Vibranium bekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch ein Untertitelung des ZDF, 2020 So So Oh Gott So 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 Slice And Da, I hope So 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 Und nochmal Ender I.O. So X Und Cheer So 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 Also, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und dann bis morgen. Danke fürs Dabeisein, cheerio und auf Wiedersehen, haut rein, bis morgen.